Das Kaiserspiel oder Kaisern ist ein Kartenspiel, das mit 48 Karten gespielt wird. Oft wird fälschlicherweise auch der Begriff Kaiserjahrs genannt, obwohl das Kaisern nichts mit Jassen zu tun hat. Geschichte Das Kaiserspiel ist eine Ableitung vom Karnöfel, eines der ältesten bekannten Kartenspiele, wenn nicht das älteste überhaupt. Karnöfeln wird im Jahre 1426 zum ersten Male genannt. Das lässt vermuten, dass es schon einige Jahre früher bekannt gewesen sein muss. Das Karnöfelspiel war in Nördlingen erlaubt und später in Würzburg und Zürich erwähnt. In Augsburg war das Karnöfelspiel ausdrücklich verboten, während andere Spiele erlaubt waren. Eine Aussage von Johann Geiler von Kaisersberg soll belegt, dass das Kaiserspiel identisch mit dem Karnöfelspiel ist. Der Karnöfel ist der Name für einen groben Landsknecht. Das Karnöfel war ein vulgärer Ausdruck für einen Hodenbruch oder ein Hodengeschwür. Gegen Ende des 15. und im 16. Jahrhundert war es eines der bekanntesten und verbreitetsten Kartenspiele. Die Landsknechte sorgten für eine weite Verbreitung. Der Karnöfel, der Trumpf und der Mann ist die höchste Karte im Spiel. Er stich Papst und Kaiser, König und Obermann. Somit konnte er zum Sinnbild einer revolutionären Zeit werden, da die niedrigen Karten die hohen Stecher sind. Daher wurde es von Predigern und Pamphletisten seiner verkehrten Weltordnung halber gerne zum Thema gewählt. Gespielt wird heute das Kaiserspiel nur noch in bestimmten Regionen in den Schweizer Kantonen Uri, Luzern und NID und Obwalden. Dabei weicht die Regelauslegung in jedem Ort ein wenig ab. Kartenblatt Das Kaiserspiel wird mit dem erweiterten Deutsch-Schweizer Blatt mit 48 Karten gespielt. Die Farben werden Rosen, Schellen, Eichel und Schilden genannt. Jede Farbe umfasst zwölf Karten. Drei bis neun Banner, Ander, Ober, König und Ass. Eine zentrale Rolle beim Kaisern spielen die Banner. Sie werden als Kaiser bezeichnet und geben somit dem Spiel seinen Namen. Rangordnung der Kaiser Rosenkaiser genannt Blass, Schildenkaiser genannt Oberkaiser, Eichelkaiser genannt Grün oder Wiedeli, Schellenkaiser genannt Muck. König und Ober werden als Mann bezeichnet. Der König ist der stärkere der beiden Mann. Zusätzlich zum Deutsch-Schweizer Blatt mit 36 Karten kommen beim Kaiserspiel die Karten 3, 4 und 5 dazu. Die 8 und 9 werden aus dem Spiel genommen. Besonders die 3 spielt im Kaiserspiel vielfach die entscheidende Rolle. Das Kanüffelspiel Das Spiel wird mit einem 48 Kartenblatt gespielt, wobei die Reihen und Rangfolge wie folgt ist. Es wird zu viert gespielt, wobei jeweils die beiden einander gegenüber sitzenden Partner sind. Stichwert der Kartenspielablauf Der erste Kartengeber gibt 5 Karten je Spieler aus, jeweils eine auf einmal. Die erste Karte wird offen vor den jeweiligen Spieler gelegt. Die übrigen 4 Karten bleiben verdeckt. Die geringstwertige der offenen Karten legt die Trümpffarbe dieser Runde fest. Sollten 2 Karten identische Werte haben, so legt die zuerst ausgeteilte die Trümpfe fest. Danach nehmen alle Spieler ihre Karten auf. Der Spieler zur Linken des Gebers spielt auf die anderen Spieler spielen im Uhrzeigersinn mit. Es gibt keine Notwendigkeit, Farbe zu bedienen. Der Spieler mit der höchsten Karte der ausgespielten Farbe bzw. mit dem höchsten Trumpf gewinnt den Stich und legt die nächste Karte aus. Dies geht so lange weiter, bis eine Mannschaft 3 Stiche gemacht hat und somit den Durchgang gewinnt. Gespräche während des Spiels sind erlaubt. Gegenseitige Unterstützung ist sogar erwünscht. Der Spieler, der zuerst aufgespielt hat, wird neuer Kartengeber. Das Silena-Kaiser-Spiel. Diese Variante wird nach der Ortschaft Silena benannt. Es sitzen 8, 10 oder 12 Personen aufgeteilt in zwei Teams abwechselnd am Tisch. Die 8 und 9 werden aus dem Spiel genommen, wenn zu 8 gespielt wird. Das Silena-Kaiser-Spiel. Untertitelung des ZDF, 2020